Wahrscheinlich werde ich jetzt die Russen nehmen, weil da habe ich einen Premium-Flieger, die Lack 3. 23. Ah ja. Ja, ich glaube, ich hole mir auch ganz zum Schluss die Briten nochmal raus. Nun denn. Weißterraß, leichte Fahrzeuge. Juhu! Wow, es geht schnell. Bin ich froh, dass ich keinen Bomber dabei habe. Der ist nämlich komplett sinnlos bei leichten Fahrzeuge. Warum? Weil du leichte Fahrzeuge allesamt mit, ähm, MGs kaputt kriegst. Joa. Alle. Aber man kann ja auch übertreiben und einfach tausend Bomben draufschmeißen. Man könnte, aber man tut nicht. Ich mach das jetzt mal vor, wie man das macht. Ineffizienz ist mein zweiter Name. Nein, der ist anscheinend Benedikt geworden. Ne, das ist der dritte. Ne, sein zweiter Name ist mittlerweile nur noch Konstantin. Was ist denn der erste? Pfff, Nicodemus. Okay. Nicodemus, Konstantin, Ineffizienz, Benedikt. Okay. Mit deiner Mutter muss ich mein erstes Gespräch führen. Ich kann sie gerne machen. Könnte Dissig werden. Es wird kein erstes Gespräch. Ne, nicht mit dir. Oh, ein PBY. Ich stößt mich einfach mitten in das Schlachtfeld, um von hinten an die PBY ranzukommen. Also wenn man mit einem Bomber fliegt und jetzt gleich tausend Bomben auf irgendwelche Bodenfahrzeuge abwirft. Und dabei Erasmus hört. Das ist schon was. Ah, scheiße. Aber das kann ich echt nicht so... Das... Nein. Kannst du nicht? Ich habe mich hinter die Catalina gesetzt mit Vollschwung und wollte meine Raketen loswerden. Press also R. Und was mache ich? Ich hämmere T. Und bevor ich es realisiere, fliege ich in die Catalina rein, sterbe und sie kriegt keinen Schaden, weil das im neuen Spiel mittlerweile so ist. Ich dachte, du hast es an mir umgelegt. Das müssen wir ändern. Und dann. Und dann. 40 Uhr war uns wiederum. Über uns. Also vor uns. Ja. Der Uhr ist 2 Uhr. Ja, was soll ich denn? Konstantin ist tot. In 3, 2, 1. Du wurdest von einem Freund abgeschossen. Graz. Geil. Ja, was für ein Idiot. Ich könnte nicht mal bis 0 zählen. Du bist zu früh gestorben. So ist auch ich. Jo. Ah, leben wir uns schon. Hallo Gegnerwolke. Eben, an der bin ich so ein bisschen vorbeigeflogen gerade. Hallo Wolke, wie geht es dir? Sack geht's mir. Ich merke, es war gerade drei Flieger auf dich zusteuern. Ja. Und es ist Ette. Wer hat Konstantin heute wieder Viagra ins Viskas gestreut? Diese Kombinationen. Wie kommst du vor allem gerade da raus? Weil du dich so komisch benimmst. Fühle ich gar nicht. Aber wenn ich mit Viagra noch Viskas habe, haben wir mal bei solchen Auswirkungen. Das ist unwichtig. Sehe ich genauso. Ich werde mal hart ignoriert werden von den ganzen Feinden. Jedes Mal. Immer. Okay, jetzt nicht mehr. Ach shit. Ist das nicht derselbe, der mich hier vorbeigebracht hat? Ich bin schon wieder weg. Unlustig. Ja, das ist irgendwie logisch, oder? Bei deinem Flugstil. Ach, der ist super. Lass mein Flugstil in Ruhe. Der Flugstil weiß, pass auf. Er will doch nur spielen. Das stimmt, das ist korrekt. Also der Flugstil, nicht du. Ja, der Flugstil. Dein Eigenleben. So krank. Nur ein bisschen. Nein, das ist ziemlich leer. L-Cent. Greif die falschen Truppen an! Ich habe schon so lange nicht mehr mit L-2 gespielt. Ich bin erstaunt, dass ich damit gerade so gut klar kann. Ich habe meinen Einsatzbefehl, der verkackt. Das ging schnell. Oh, ich hatte kein Problem. Flachttrophäe geöffnet. Mmh. Und dann. Machen wir es noch mal Ich weiß nicht mehr, in welcher Nation ich fliegen will Ja, einfach mal die Briten Warum auch nicht Komm, auf Wartezeiten wetten Ah, nee, doch nicht, geht schon los Wow Ist das die, ist das die? Nein, ich glaube nicht No Oder vielleicht doch Doch, ist sie Ja Warum, was, sie? Meine Keine meiner Lieblingsmaps Okay Bleiben wir dabei Das ist eine Mab, die hat nur ein Airfield Und du fliegst die ganze Zeit über das Airfield Und man schlägt sich gegenseitig die Köpfe ein Okay OS2U Würde ich jetzt auch tun Ich wäre jetzt auch mit der Mit dem Wasserflieger reingekommen, ja Heiner 12B0 Hurrikan 2B0 Ich sehe es Hey Warum ziehen unsere Freunde so stark nach links? Ähm Keine Ahnung Ich habe sechs Raketen Und du nicht Dann habe ich Kanonen Nur um ein Zitat anzubringen Und schau mal hier C4 Wie oft wird sie dieses Zitat eigentlich noch anbringen? Das ist toll Das habe ich mir nie in eine Aufnahme gebracht Von daher Das ist wohl wahr Das kenne ich auch gar nicht Von wem ist das? Das ist vor Ort Das muss man dann wissen Wow Ach War ich halt aus Hä? Und ich wurde abgeknallt Ich bin glaube ich gerade gestorben Weil ich in Konstantin reingerammt bin Ihm war es scheißegal So halb, ja Er ist auch nicht ausgewichen oder so Er hatte genug Zeit um hochzuziehen Und was macht er? Ich habe jemanden verfolgt War mir dann wichtiger Danke Danke Bitte Tschüss Nelke Ach, deine Schuld wenn du in mich reinfliegen willst Unbedingt Ich will ja so unbedingt Da ist ihn reiner der Nabilia Was? Da ist ihn reiner der Nabilia Ich höre zu mir nicht Simpsons Doch ich kenne das schon Irgendwie Aber ich verstehe gerade den Kontext nicht Weil er unbedingt in mich reinfliegen wollte Gibt es noch immer was zum Ausbomben Ich habe eine Bombe dabei Weil ich immer vergesse hier abzumontieren Bis er fehlt Nee Das bringt doch nichts, oder? Nee, aber ich meine Wenn da jemand wieder landen will Jo, das habe ich gerade auch gemacht Ich habe gerade auf jeden Fall jede Menge für mich abgeschmissen In der Hoffnung, dass da gleich jemand landen will Ja, aber wenn, dann landet einer von uns da Nicht der Fahrer gewesen Hilfe Konstantin Du es braucht schützen Lass sie doch auf Arbeit Wir können besser zählen als ich Das ist unglaublich Das ist wirklich unglaublich Nicht schwer Ich werde verfolgt Ich war eine 109 E3 Ja Oder ist eine 1? Man weiß es nicht mehr als die Tage Dann freu dich doch Endlich will ich jemanden haben War so schön, als man vom Buchstaben her wusste Was für ein Flieger es war Und ich erst nachdenken musste Und warten, bis man die Zahl sieht Oh, ich brenne nicht mehr Nice Mein Humo ist gerade so richtig nett Meins ist er nicht Ich weiß Ich muss mich erstmal zurückziehen Weil ich habe erstmal 30 Sekunden lang Keine Munition Ich habe ja nur 30 Schuss Ja, ist schlecht, ne? Was? Ich habe in der Zeitdisco Gut zwei Clays gemacht Mit dem Flieger Oder drei Ich will das nicht unbedingt verlieren Hey, mein Flieger gibt es echt scheiße Wow Oh Da war eine Lack Die es auf mich abgesehen hatte Die dachte, die kriegt mich Aber hat mich nicht gekriegt Jetzt ist meine Karre nur richtig am Arsch Ha, ich bin zerstört Yay Und ich wurde schon wieder abholfen Also ich brenne Warum brenne ich? Oh, mein Motor ist aus Yay Ist es abgewürgt? Nee Sagen wir, ich wurde abgewürgt Achso Dann ist ja alles gut Fuck, 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 fuck Ah Scheiße Will mir nicht etwas unternehmen Hat der Feind geliegt Hat das nicht mal mehr fliegen gelandet, ne? Äh, doch, ich hab Da stand gerade ich wo Erobere Bereich A Und dann kässe ich nicht mehr Ich war dabei A zu erobern Ja Ich hab's auf jeden Fall neutralisiert Ah, Leute Ah, Leute Man kann mittlerweile so schnell dieses Airfield einnehmen, ne? Das haben die auf jeden Fall geändert Ja Ja Bisschen neutral Ich hab' mir noch weiter verbogen, aber egal Ich hab' eingenommen, das reicht mir Wir sind jetzt gleich noch zu treffen Letztendlich Dankeschön Guck mal, jetzt viele Ne, jetzt ein Kürbis Okay Jetzt haben sie mal ein Zwiebeler auf dem Flugzeug Was macht ein Kürbis auf dem Flugzeug? Äh, Halloween sein Würde ich so vermuten Nein Ja, aber der Kürbis ist nicht Halloween Ja, aber der Kürbis ist nicht Halloween Ja, das fragen nicht in die Tüte des Kürbis Das ist Wir müssen etwas Das könnte ein Verkleideter äh, amerikanischer Feminazi sein Dann hast du ein Problem Wie sagt denn, dass sie verkleidet sein muss? Kürbis gegen einen Kürbis Gutes Argument Gutes Argument, ja, aber es ist wahrscheinlich, dass er verkleidet ist, denn Kürbisförmige amerikanische Feminazis habe ich bisher noch nicht gesehen Ich habe inzwischen recht viel gesehen Das heißt nicht viel Hilfe Ich nehm Blau ein Blau ein, genau Ich bin ganz unter dir weggeflogen Achso Wie Dann okay, ich ziehe einfach gerade die Leute Einfach Naja Ich konnte nicht mehr starten, weil mein Rotor am Arsch war Joa Passt Und Unter dir Ich nehme wieder einen Ja, ja, jetzt sehe ich dich auch Ich würde sagen, dass haben wir schon so glücklich verloren Ist also die Sache Ich habe mich daran gewöhnt, dass du grün bist Deswegen verwechse ich dich gerade ständig mit Kürzantieren Ja Wir verlieren das Wir verlieren das Hi Corby Hi Jetzt hast du landen müssen Ist gar nichts Nur brennen Du solltest Egal, wir haben jetzt ihr verloren Wir haben eine Niederlage erlitten Zurück zur Basis Oi, Mann Wow, wie kann ich Platz 8 sein? War das Team so scheiße? Ja Unglaublich Ganz eindeutig Wir haben nichts drauf Was für die ganze Punkte her Oder Simon Von Assists Siehst du doch Ja, so viel mehr Assists Hast du aber auch wieder nicht Zwei Ja, das und ich habe recht Nur Treffer gemacht Ja gut, das habe ich natürlich Mit meinem ersten Pfleger nicht Weil ich nicht viele Schüsse hatte Die ich hätte treffen können Das ist Host Alle Hunde 쓰는 Ich habe was hier was hier war